Im Kampf gegen das Patriarchat. Herr Scholz soll im Kabinett beschließen lassen, dass die Ministerien mit aller Kraft daran arbeiten, dass so viele Waffen wie möglich geliefert werden, auch schwere Waffen. Unsere geliebte Republik ist in den Händen von Wahnsinnigen. Liebe FreundInnen, du elenders Weib. Wir können auch einmal frieren für die Freiheit und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Der Mann hat jetzt die dunkelste Seite seiner Seele entdeckt. Alle Ideen, alle Aussagen werden häufig von der Realität, neuen Mutationen und ähnlich mehr, manchmal auch von der Sorglosigkeit der Bürger, egal von irgendetwas eingeholt. Ein gemeiner Dieb. Schande. Zusehen, wie die Republik in Willkür und Chaos endet?